hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute pack ich ein ganz tolles paket aus was ich geschenkt bekommen habe für post und zwar von der firma die spirit heißen die und die bauen so schöne autos modell aus so klar klar zu deinem auto limited edition ich glaube ich weiß was dahinter versteckt war in dem karton versteckt sehr sicher transport wird sicher verpackt ganz toll schaut mal das ist mein porsche 964 die dritte von felgen 1 zu 1 wie mein auto ja sogar die sitze gleiches logo kann man es gerne auf dem video so auf jeden fall sehr schön erst mal vielen dank für das tolle geschenk an die firma geht es bild die machen jetzt öfter unsere fahrzeuge ja als modell und ja mittlerweile hier haben wir schon ich muss einsagen wir bekommen die von der firma umsonst ja also die die ersten modelle für uns paar stück und auf jeden fall bekommen die umsonst ja wir sind limitiert alle und wir haben uns vor ein paar jahren auch angeschrieben und gefragt ob wir das machen dürfen ja da haben wir ein bisschen verhandelt und irgendwas erlaubt das war der mercedes gps die war auch limitiert auf 1000 stück und die sind alle ausverkauft und deswegen haben die jungs sich wahrscheinlich gedacht okay das läuft so gut dass wir alle modelle von priozen machen voll schön oder sogar die kaputt ist vorne spoiler also wirklich 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 sehr schönes auto jetzt ab filmen die sitze ja also hier auch diese luft der less an blinkern ja die kotze wie freien die das machen alles ist alles einlackiert der aufkleber wirklich cool die jungs machen ein paar videos für instagram deswegen haben diese dinge aufgeklebt aber sehr schönes auto wirklich sehr 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 schön vielen dank nochmal an die firma geht es für das tolle geschenk und ich hoffe dass wir noch die nächsten 100 jahre zusammenarbeiten und weitere fahrzeuge folgen werden vielen dank hier das gleiche farbe alles gleich sogar hier auf dem lenkrad habe ich eine gelbe zwölf uhr markierung ja sogar das hat er auch genau so auf die lackierung heckklappe ja ich habe auch schwarz abgesetzt genauso haben die das jungs gemacht hier auf dem reifen dieser priosian aufkleber kann man das vergrößern ob da ist aber rotiform draufsteht ja steht drauf ja sogar so kleine details dass da wirklich rotiform logo draufsteht also wirklich hier sehr sehr detailliert schön freut mich sehr vielen noch mal und ja ich hoffe dass wir noch bei autos und den bekommen über geschenke freut mich immer da das war 1500 wir haben mal die nummer eins also wir haben die die erste serie nummer hier ne so der fose 1 zu 1 gleich felgen der unser heck spoiler ne von vorne schön die haube das ist das erste kind was wir haben oder das erste kind was wir für den mercedes gts gebaut haben und ja bin gespannt man dass dieses pd 700 rauskommt hier hat er keine serie nummer ich glaube der gtr ist nicht limitiert ja unser freund eda hat ihn wirklich so gehabt ne 1 zu 1 rote felgen das auto war grau ja heute ist er ein bisschen foliert und so weiter sieht minimal anders aus andere räder hat er drauf gemacht aber ansonsten wirklich auch 1 zu 1 also hier so kleine mini aufkleber das ist alles schön einlackiert ganz toll ganz 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 toll also vielleicht sowas sucht ja oder zu hause haben möchte der kann das gerne bei gt spirit bestellen oder ein bisschen googeln die gibt es glaube ich bei amazon und co auch zu kaufen wisst ihr was ich habe so gute laune heute dass ich euch ein auto schenken möchte und zwar wir verlosen diesen nissan gtr als modellauto ja mit unserem bodykit unseren pd3 felgen an alle die auf jeden fall wenn ihr an der verlosung teilnehmen möchte schreibt mir einen kommentar hier bei youtube abonniert uns bei instagram und bei facebook ja schön liken und klicken und dann nehmt ihr automatisch an dieser verlosung teil auf jeden fall dieses auto verschenken wir an euch so sind wir zum jahres anfang auf jeden fall